Erronia Hey Leute, willkommen zum neuen Video Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid Du bist mir ja ein Scherzkuchen Scherzkuchen? Du meinst Keks Für den Keks bist du viel zu fett William und Kate haben ihr zweites Baby bekommen Drittes Drittes Ich hab mich so gefreut für diese beiden So ein kleines Lebewesen So ein Himmelsgeschenk Ich war zu Tränen gerührt Die ganze Welt ist am Rätseln Wie heißt der Kleine von William und Kate? Aus sicherer Quelle weiß ich Dass der kleine Sohn von William und Kate Sonius heißt Es gibt nichts Schöneres als Eltern zu sein Wenn das Kind auf einmal mitten in der Nacht schreit Und man weiß nicht warum Und man macht extra den Fernseher an Damit das Kind aufhört zu schreiben Aber er schreit einfach weiter Dann macht man das Radio ganz laut Damit man das Geschrei nicht mehr hört Aber dann kann man selber nicht schlafen Weil das Radio so laut ist Die üblichen Probleme Aber diese ganzen Strapazen nimmt man auf sich Wenn das eigene Kind irgendwann mal diesen einen Satz sagt Dann weiß man Es hat sich gelohnt Es hat sich ausgezahlt So Leute das war es schon wieder vom Video Ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn euch das Video gefallen hat Dann gebt mir einen dicken fetten Daumen Einen richtig dicken fetten So einen fetten dicken Daumen Gibt mir den hoch Und wenn euch das Video nicht gefallen hat Dann macht natürlich einen Dislike Kein Problem Kann ich mit leben Und ganz wichtig Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren Und ihr müsst natürlich diese Glocke aktivieren Die da oben in der E-Klist Sonst verpasst ihr die neuen Videos Und die wollt ihr natürlich nicht verpassen Und ich hoffe wir sehen uns wieder Oh man Ich komm nicht mehr hoch Nein Hilf substances Das erinnert ARD Text im Auftrag von Funk